hallo und guten morgen mein lieben heute haben wir dienstag und ich wollte jetzt eigentlich anfangen mein sommerquartier wieder einzurichten ich sehe so schrecklich aus ja ich wollte es eigentlich mein sommerquartier wieder einrichten aber ja alles kann ich wahrscheinlich nicht machen weil mir ziemlich sachen fehlen und ich sie momentan ich kriege also das heißt ich wollte ja ein hochbild machen das kann ich vergessen und ja täpfe und so kann ich auch momentan vergessen aber ich werde jetzt mal die plache hier wegnehmen die sachen da wollte ich jetzt mal so wieder schön hin machen und ja dann ist auch da ja das wollte ich heute noch machen ich habe aber leider gesehen dass mein akku leer ist und das heißt dass ich jetzt zuerst akku lade und dann fange ich an so 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 Und ja, sorry, Leute, ich konnte nicht alles filmen. Und ja, falls ich dann noch was machen werde, werde ich es euch natürlich zeigen. Ja. Okay, ich wünsche euch das Beste. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Guten Morgen, Leute. Ja, ich dachte, ich mache mal ganz einen spontanen Vlog. Ja, ich bin jetzt schon seit sieben wach, war mit dem Hund Gassi und bin jetzt aktuell am Frühstücken. Ja, und ich dachte mir, jetzt mache ich schnell die Kamera an, weil, ähm, ja. Die Katze ist ja da. Voll süß. Und mein Hund, der ist da hinten, der geht auch nicht, hervorzukommen. Ja. Voll süß, her? Mhm. Mhm. So. Normalerweise esse ich ja Müslü. Aber seit der Scheiße habe ich einfach keinen Bock mehr. Ich mache, was ich möchte, aber wenn es dann wieder normal läuft, werde ich dann auch wieder normale Sachen essen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm. Ich und meine Kollegen wollten heute eigentlich, ähm, grillen gehen, aber ich glaube, das können wir vergessen, weil das Wetter ist wirklich nicht so toll. Es stand zwar sehr schönes Wetter, aber, ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Und aktuell geht es mir, so lala, also ich habe, gestern hatte ich wieder Schwingel, und in meinem klugen Buch, ähm, wird es beschrieben als Entzündung, und ja, es ist ein bisschen kompliziert. Jedenfalls, ähm, glaube ich, ich kenne meine Ursachen für den Schwingel. Ja, aber leider, okay. Ja, aber leider, okay. Und momentan läuft gerade nichts bei mir, also nichts besonderes, weil, ähm, ja, man kann halt nicht, ähm, das machen, was man eigentlich möchte, und ich auch nicht. Oh, das wird es so kacke. Ja, heute wird es leider nichts mitgelen, oder mit, ähm, ja, wir wollten irgendwie draussen. Was machen, aber, ja. Können wir jetzt vergessen. Und, ähm, ja, jetzt, heute mache ich wirklich nichts, nichts mehr viel, also, ja, keine Ahnung, was ich noch mache, äh, sicherlich noch Farmer mit dem Hukasi, ähm, dann vielleicht Wohnung noch putzen, also, die muss eigentlich nicht geputzt werden, ich habe gestern gesaugt, ähm, ja. Ja, und die Haare wollte ich mir noch färben, weil sie gefällt mir nicht, ich mache sie so wie hier unten, bisschen hell. Oh mein Gott, Leute, das ist ein Vlog, oh Gott, okay. Ja. Also, ich stelle jetzt die Kamera ab, weil, äh, das geht heute gar nicht mehr. Dann. Also. Macht's gut, Leute, sorry für einen Vlog. Wendor? Ja. Also, wir sehen uns. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.